Jeder, der sagt, dass Dope anbauen leicht ist, vögelt mit dem Kopf. Was wollen wir hier? Lass uns einfach schnell machen, Ricky. Kann ich Ihnen helfen? Wir suchen nach Büchern über Hydroskulptur. Ich glaube, Sie meinen Hydrokultur. Hab ich doch gesagt. Nein, nein, Sie sagten Hydroskulptur. Man sagt Hydrokultur. Also, ich bin von Ihrem Wissen echt beeindruckt, okay? Sie arbeiten in der Schule, ich nicht. Ich versuch's doch scheiße. Ich krieg meinen Abschluss. Also, wissen Sie was? Mir reicht's. Ich werde den Wachdienst... Besser nicht ausstehen. Okay. Er geht gerade wieder zur Schule, okay? Ich suche ein Buch über... Was denken Sie sich eigentlich? Machen Sie das sofort aus! Ach, Sie aus! Entschuldigen Sie. So ein Scheiß-Rauchverbot im Knast. Rauchverbot in der Schule. Kann man denn nirgends durchziehen? Hören Sie nicht, er ist ein bisschen verwirrt, okay? Ich suche ein Buch über Hydrokultur. Das ist ein Notfall. Könnten Sie mir bitte helfen? Wo finde ich sowas? Sie sind ganz oben, bei Nummer 700.